hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von shellshock live heute mit dem fxfp mal wieder seit langer zeit ja und heute heißt es ein eins versus eins hier nicht noch mit crazy und co sondern wirklich mal wie in den guten alten zeiten hast du mit ihm eigentlich mal mit ihm wieder gesprochen ich habe ihn ehrlich gesagt seit letzten zwei lachen gar nicht mehr da war sicherlich unterwegs crazy meinst du na ja das könnte wehtun auch für mich selbst ja gut die ausleger treffen mich so ein bisschen du musst lachen na 24 ich weiß ja nicht mehr wie hoch dein damage war letzte runde ja ich werde besser ja ich werde schlechter woran mag das liegen ein nuke auf jeden fall nicht aber nicht nicht ist nicht nur level 2 nein es war nur die level 1er variante reicht ja auch für dich das war auch nicht von schlechten eltern es geht da frisst das mal das fighting v nein ok kommt kommt noch davor und da ok shadow ja so naja irgendwie leckt das so leicht ok bei mir liegt es nicht nein das spiel insgesamt merkst du es überhaupt nicht bei mir läuft alles läuft alles ok bei mir leckt es so leicht vielleicht liegt es auch an einer internet verbindung das kann möglich sein na so so aber jetzt noch das päckchen hinten erwischen nö das habe ich eigentlich gar nicht gesehen so glück war ich hatte einfach nur verdammt viel glück ja du bist dann achso ja 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 hat nicht geklappt war zu kurz oh das war dämlich irgendwie hat meine maus nicht reagiert ja ein static in der luft super ja na ach du wolltest nur mal zeigen dass du siehst so was hast genau und nicht damit das umgehen kannst also hier ist ein ich sehe dass ich damit gerade nicht umgehen kann genau das meinte ich so so ja so schwache funkelfunkel sorry aber ja 333 zu uuuu 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 wir können beide gewinnen ich habe mehr gewinnen als du jaaa äh das war ja eh richtig Käse äh genau an der spitze abgeprallt na na ist es ja ist es ja so ach endlich neue Waffen um ich bin mir nicht so geil für mich dabei für mich dabei hm ja fighting pho ne und ja Ja. Sooo. So, das ist... Geht ja schon ab. Oh! Wenn ich damit jetzt treffe... Ah, ich glaub das... Das wird wehtun, aber da drüber ist ja zum Glück ein schwarzes Loch. Boah, da... Das hältst du nicht down. Nee. So schnell geh ich auch nicht down. Aber irgendwie ist das schon so, wie du verlierst. Ach... Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ja, ich meine... Weil ich... Und... Jeder kann einen schlechten Tag haben, hab ich doch grad gesagt. Das stimmt. Nicht zugehört. Das stimmt doch. Also... Das tut jetzt auch weh. Und das trifft sogar mit Double Damage. Es muss... Jep. Patrik 2. Nee, danke. Ich bin nicht so ein Disco-typ. Au. Ja. So... So... Und... Yo... Ich schläge... Ich schläge, Herr Schmidt. Okay. Ja, macht aber auch nur 40 Damage. Das ist das größere Problem. Du? Ich kenn zwar... Boah! Was war das denn? Ja... Ja, das fahr ich mich gerade auf. Genau über dir drüber gesprungen. Und das war's. Ne. Das ist nur die 10er Variante. Die trifft. Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle, dann kann ich ihn auf jeden Fall nicht verlieren. Noch. Jep. Das war's. Ja. Nein, immer noch nicht. Glückspilz. 16. Und über dir ist natürlich noch ein schwarzes Loch. Also das nennt du Glückspilz? Ja. 16. Hab ich noch. So. Wenigstens die... Und das war's. Ja. Sag ich doch. Nicht schlecht. Ja. Eine Runde. Aber es gibt ja eh noch ne Zweiter. Ja. No. Äh... Mit Level ab bin ich längst noch nicht. Äh... Ich steh kurz vor, sag ich's mal so. Na, und... Wollen wir gleich mal sagen, wieviel XP ich noch brauche? Ne. Mach einfach ready. No. Ja, und das ist auch erstmal wieder ne Folge seit längerem Zeit, ne. Deswegen... Ja. Ja. Naja. Muss ich auch wieder in... Ähm... Reinkommen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd äh... 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 Ich finde eher ein bisschen bescheuert, ähm, wenn man die Waffe sich aussucht. Dass das so lange braucht. Ne. Ach so. So. Und wenn man auch nur einen kleinen Tick gibt. Ne. Dass das manchmal nur um... Statt um einzuspringen um zwei. Ne. 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 Das... Das... Das ist das grauenvollste. Also, das Spiel war früher wirklich besser. Ne. Vor den kompletten Updates Ja, vielleicht, wie ich glaube, diese Runde gewinnst du Dann steht das wenigstens 1-1 Zack Ja Ja Und der saß ziemlich gut Aber der Schredder müsste jetzt auch gut liegen Ja Mit fast 100 Damage Ja Im Gegensatz zu 40 Oh, noch knapp drunter Tja, nicht gut getroffen, sag ich mir 60 ist doch schon Es geht Ne, das ist ja schon das maximalste Was du meinst Hä, wo tauchte die auf einmal auf? Also Das ist Das ist Ja, klar Ja, aber ich habe mir das als Screenshot gespeichert Das kann so gut aus Genau das halte ich auch gerade vor Na Oh 80 Damage Obwohl es eine Stufe 1 war Ja 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 Aber es sind doch eh nur noch 2 Runden bis neue Waffen kommen Ja Ich gebe kaum noch 2 Runden bis neue Waffen Ich habe kaum noch 2 Runden Ich habe kaum noch 2 Runden Ah, super genau Ah, noch die Okay 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 Wooper Ohhhhhhhhhh Was? Nee, Gravity, Starbundee Puh, nicht schlecht. Ja. Und da bin ich doch mal, geh ich doch mal auf Nummer sicher. Ah, genau dazwischen. Ah, sicher. Hey, war aber genau dazwischen. Also. So, das müsste ich aber treffen. Ja, genau auf den Panzer. Na, so viel Damage hat es leider nicht gemacht. Wie erhofft. Aber, weißt du, warte? Warte. Es geht für dich abwärts. Ja, ich merke schon. Ja. Und. Oh. Und jetzt gibts Sound auf die Ohren. Die Waffe verkeh ich noch gar nicht. Die kriegste mit, ähm, die hat Crazy früher immer eingesetzt. Das war die Soundwaffe Stufe 3. Und jetzt kommen die Killerbeen zum Einsatz. Also. Ja. 120 Damage. 31. Ah. 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 Ah, mein Kopf schon mal rutscht. Na, ob du Glück hast? Ja. D Professoren. Ja, mein Kopf ist. Ja. Ah, mein Kopf ist eine. Ja. Ok. ok ok mal gucken äh das war Heavy Taser soo jo, und das war's ok, das war's ja, mit dem Bounce Dream erledigt mhm soo und jetzt kannst gleich nochmal deine äh, zum Schluss noch deine Erfahrung die du brauchst zum Level Up sagen ok, da fehlt also jetzt ähm es fehlt noch genau äh 3000 53 ich bin bei 753 bis Level 90 und da kriegst äh, Tweeter ich krieg dann ne Verblüffer ok, ich hoffe die Folge hat euch gefallen hast du noch was zu sagen? dann und ich sage dann tschüss bis zum nächsten Mal